Moin 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 ihr Shooter Freunde und ich geht direkt weiter hier bei COD Black... Black Operation Scheiß auf den Vordergriff Die Sim-Tex, ich guck mal grad... Ne, kann ich nicht Na, scheiß auf die Granate Hey, den, 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 den... Nein, nicht den, wo ist er? Nein, 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 den da Den kenn ich, den kenn ich irgendwoher Ne, kenn ich nicht, ich wollte nur angeben So, wir sind die Söldner, glaub ich Sind das, jedenfalls sind wir die Bösen Ja In Singapur Die Map mag ich irgendwie, gefällt mir Ist aber in der heutigen, äh, in der damaligen, ne, heutigen Generation so bescheuert Einfach so einen Kran zu bauen, weil Weil... Wer stapelt seine... Ach, egal Die werden meine Eier lutschen Hab ich nicht gesagt Ich muss das Ei... Ich muss das... Watt, watt, watt... Nein Oh, von ganz da hinten, wie soll ich den Sack denn gegen der... gegen die Sonne sehen Hallo Oh, da ist er umgefallen In den Arm Die arme Sau Der wird mich noch kennenlernen Oh, da liegt er Doppelshoot Ach, schade Hey Nein Ah, wenigstens ein, äh, äh, assist Hahaha Du Drecksack Halt die Fresse Achtung Feindlicher Blitzflag Nein, 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 nein Nein Wer ist in die... Warum... Warum ist der nicht in diesen Scheißdingens reingegangen? Und vor allen Dingen, welcher Sack hat schon so viele Punkte? Ah, jetzt bin ich dran Äh, lau... Hallo? Keiner da Laufen wir In die Deckung Ah, mich verlässt die Konzentration einfach Das ist der einzige Grund, warum ich grad so gut bin Jaaaah Wo ist er? Nein Ich hatte zwei Er verbündete Drohne nähert sich Gut Nein Damit habe ich gerechnet Dass das so schlecht wird, habe ich nicht gerechnet Ja Nein Den habe ich nur noch aus dem Augenwinkel gesehen Aus dem Augenwinkel Hey Hey Never liked killing Deine dreckige Mutter und ich habe dich getroffen Aber ich habe es nicht geschafft ihn zu erledigen Weil ich benutze so Gummikugeln Die tun der Hölle schwe Nein du erschießt mich jetzt nicht Komm her Nein Was Genau Geht ja gar nicht Mobbing Mobbing on the internet Irgendwas ist da geflogen aber ich weiß nicht was Hat sich nach einer Blendgranate angehört I hear Schüsse Wunderbar Why Why you bitch Ich gehe mal mit denen mit Krieg Hier ist Krieg Hier ist Krieg Hallo Hm tut sich nicht viel Recht ruhig Warum auch immer Ah Ah Hallo Oh Oh Shama Wo bist du Da ist er Nein Nein Ich wollte ihn durchsporen Ich weiß nicht was ich hier höre Alarm oder den Kran Ich weiß es nicht So irgendwas ist da geflogen Da läuft einer Ja ich bin überlebender Wer weiß wie lang noch Ja 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 Scheiß auf den Zeitplan Ah Ich hätte weggucken müssen Hä da ist doch grad Da muss doch Hm Ich wusste es doch da Na okay der kam von oben Ich hab gedacht das wäre der der da Die Granate geworfen hat Aber dem war nicht Joe Die Chinesen Ja ja Die Runde ist eh gleich vorbei Ich würde mal auf mit aufnehmen Weil mir fehlt langsam die Konzentration einfach Man sieht es ja hier Ich mache Kills im Akkord Hä 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 Was Nein Ich war der letzte Abschuss Wir haben euch entehrt Was hat der denn Oh Gott war das schlecht Scheiße Treffzeichen Erreichen sie 50 Abschütze Oh Gott Scheiße So wie dem auch sei Danke dass ihr euch den Shit hier angeguckt habt Wir sehen uns in zwei Tagen glaube ich wieder Oder in drei Tagen Je nachdem wie ich aufnehme Und ich brauche jetzt einfach mal eine Pause So reicht für heute Gut Tschüss Hey ho und willkommen zurück nach diesem Video auf der Endcard Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für Profit LP Also für mich Du kannst jetzt auf meinen YouTube Channel gehen und dir weitere Videos angucken oder mir auf Twitter schreiben Kritik und so eine ganze Bullshit Oder auf Facebook will ich natürlich auch vertreten Was jetzt hier nicht eingeblendet ist Google Plus Aber der Link ist unten Und Skype auch Schau mal vorbei Ich freue mich über dein Kommentar Abo oder sonst irgendwas Würde mich freuen Und würde auch meinem Kanal helfen Wenn du und auch andere Leute Meine Videos weiterhin sehen wollen Und ja Vielleicht überlege ich auch mal Irgendwie mal Livestream zu machen Oder auch nicht Ich weiß es noch nicht Gut Stay tuned Und wir sehen uns dann Im nächsten Video Wenn du dabei bist Und wir sehen uns dann Und wir sehen uns dann